Hey Leute, willkommen zurück zu Shadow Tactics. Ich probiere jetzt mal was hier, was ganz dummes vielleicht. Oh nein, oh nein. Ich will nämlich den Typen von hier oben abstechen. Und dann, äh, ja, was mache ich denn? Ich muss nämlich die Typen hier neben noch erledigen, wenn ich da irgendwann... Oh Gott. Wie komme ich da mit Mugen durch? Wie komme ich da mit Hayato weiter? Ich weiß es immer noch nicht. Das ist echt furchtbar. Das Ding ist leider, wenn ich den Samurai jetzt hier abknalle, das hört dann irgendjemand. Wobei, warte mal, das könnte ich eigentlich mal versuchen. Okay. Okay. Ist der hier irgendwas? Okay, der sieht auch was. Ich probiere das jetzt mal. Lass mal speichern. Okay, der Samurai, der läuft ja auch die ganze Zeit hier hoch und runter. Das ist ein bisschen Kacke. So, der ist nämlich gerade hier. Ach man. Jetzt kommt er da unten gleich wieder hoch und dann kann ich das auch nicht machen. Ich muss die auf jeden Fall mal langsam anfangen einzeln hier wegzukriegen, die ganzen Typen. Weil sonst werde ich hier nicht weiterkommen, das weiß ich. So. Mhm. Warte, ich versuche das jetzt einfach mal hier rüber zu rennen. Und dann jetzt hier. Nee, 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 nee. Das macht keinen Sinn. Ach, herrje, herrje. Also ich kann die leider nicht irgendwie... Ah. Ich muss auf jeden Fall hinter dem Samurai hier vorbeigehen. Hoffen, dass er das nicht mitkriegt jetzt hier. Moving. Watch for cannon fire. Ich glaube, wenn ich jetzt mit ihm hier auch in der Burg bin, wird es auf jeden Fall ein bisschen leichter werden. Keep your head down. Right. Oh nein. Ach gut, das haben wir schon mal. Okay, Hayato ist auch schon mal hier. Gut. Erstmal speichern. So, jetzt versuche ich dasselbe mit Bogen. Remember my name. Ich glaube, das macht keinen Sinn, wenn ich alle absteche. Ich muss einfach nur in die Burg reinkommen. Das wird schon problematisch genug, glaube ich, jetzt. Ah nein, ich kann nicht reinklettern mit ihm. Ach, scheiße. Ja, wie mache ich das denn dann? Ne, egal, das muss jetzt irgendwie passen mit Hayato. Der muss schon hier richten jetzt, glaube ich. Dazu muss ich aber auch den Samurai da wegbekommen. Dieser doofe Samurai muss weg. Ja, und jetzt? Das ist alles so ein bisschen kacke gerade. Wie gesagt, die Samurai, die kann man leider nicht weglocken. Ach, er war hier, ne? Das Ding ist leider... Na gut, ich kann den Samurai da unten töten. So ist es ja nicht, aber der kriegt das dann mit. Vielleicht, warte mal, sieht denn hier irgendjemand? Genau hier. Er hat ja auch noch ne Knarre. Hier könnte ich dann... Hier könnte ich dann theoretisch ne Bombe hinwerfen. Aber ich muss ganz kurz warten. Aber die sind jetzt auch manchmal länger oder auch kürzer betäubt, ist mir aufgefallen, die doofen Samurai. Das ist nicht so ganz... Man versteht, ich verstehe das nicht so ganz, ehrlich gesagt. Und die Lautstärke ist immens, also... Warte mal, wie weit läuft der Samurai jetzt hier? Nicht weit genug, leider. Dass beide getroffen werden von der Granate. Ich habe jetzt gespeichert, ich teste es einfach mal. Die Kleine kriegt leider am meisten ab, Mensch. Ich hoffe, das hat jetzt keiner gesehen, übrigens. Da kann ich sie reinlegen. Wow, das hat jetzt echt keiner gesehen. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es nicht. Das hat keiner gesehen. Unglaublich. Da rein mit dir. Oh nein. Nein. Oh, was mache ich denn? Warum habe ich sie nicht gewählt? Ich dachte, ich hätte sie ausgewählt. Ich bin so ein Eumel wieder mal. Ach Gott. Na toll. Ne, nochmal. Ach, jetzt sieht er mich da unten. Scheiß. Alles, 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 alles. Okay, komm. Nochmal jetzt. Und jetzt klappt das auch. Ich habe nicht viele von diesen. Ich bin so schnell. Ich bin schnell. Ich fühle mich. So. Löch mal. Löch mal mal. Löch mal. Okay, wir müssen aber früher oder später wieder hier raus, wenn ich Mugen hier reinkriegen will, weil der kommt hier nicht vorbei, das ist unmöglich. Es wird nicht möglich sein, so sie schleift das noch schön alles rum. Ach guck mal hier ist ja ein Haken, da kann ich mich ganz einfach raufziehen. So ihr beiden, jetzt machen wir das mal. Sehr gut. So, der legt jetzt mal da in den Busch. Der legt mal da in den Busch. Aha. So, wie weit sieht der hier? Er sollte das alles nicht sehen. Ja gut, der Innenhof ist jetzt schon mal sauber, das war jetzt eigentlich ganz gut machbar. Oh nein, ist er noch nicht. Der ist noch nicht sauber, da ist noch ein Typ. So, ich mag es nicht, wenn sie schießen, ich werde sie bringen aufzuhören. Schön. So geht das. Jetzt ist die Frage, können wir die beide schnell erledigen, ohne dass das einer mitkriegt hier? Ich meine, der Samurai sieht was, der Samurai sieht das. Ich kann nicht mal schlecht auf den Schädel springen. Ach man, wie mache ich das denn? Da können die nicht runterspringen, die beiden, das ist ein Problem. Frage ist, kann ich dann da runterspringen, wenn sie mal hier weg sind? Das muss jetzt alles ganz flink gehen, glaube ich. Hm, also das hören die alle auf jeden Fall. Da können sie nicht runterspringen, ne? Ja. Ja. Ich muss warten auf jeden Fall. Das muss jetzt alles richtig schnell gehen, ne? Wenn ich mir das so überlege. Also wünsche mir ein bisschen Glück jetzt. Sonst würde das nämlich alles gar schnell in die Hose gehen. Ne, das weiß ich jetzt schonmal auch nicht. Was warten müsste er wieder runter? Läuft der Samurai da oben? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Genau das habe ich mir gedacht. Das wird nichts. Shit. Oh nein. Ah, muss ich die vielleicht einzeln irgendwie erst holen? Der hier sieht soweit runter, der hier sieht aber auch soweit runter. Ah, das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich muss Mugen doch irgendwie hier reinkriegen, Kinder. Hört mir das nicht an, bitte. Ich kann die doch nicht hier weglocken. Er hat noch zwei Schuss. Hm. Naja, das geht nicht. Das ist auch kacke. Das ist kacke. Ich könnte ne Granate werfen. Vielleicht auch jetzt nicht so die sauberste Methode, aber... Vielleicht mach denen einfach das Tor auf, ha? Das war nur Mugen. Ja, wenn ich denen das Tor öffne, das ist auch gut, ha? Ne, da könnte ich nur rein und raus gehen. Na toll. Das ist blöd jetzt. Ne Granate hab ich noch. Und die reicht für drei auf jeden Fall. Hm. Ich weiß, ob ein besserer Weg. Ich will da kurz sein. Kuma, hör mich. Go. It's not safe here. Hm. Ich will da lassen, dass ich dich ablenken von Kuma. Be ready. Your turn. Das muss ratzfatz gehen, weil die gucken beide hier runter. At once. Death is whimsical today. I make noise. Okay, das treffe ich nicht. Ich muss warten, bis der Samurai da oben weg ist. Dann schmeiße ich den Stein. Dann lasse ich Kuma was machen. Nee, warte, das wird so nicht funktionieren. Ich muss warten, bis der da oben rumdreht. Und dann will ich Kuma nutzen, um den abzulenken. Beziehungsweise ich mach das jetzt einfach mal ganz schnell. Ja, ich dachte mir schon, das geht nicht so schnell. Das geht leider nicht so schnell, was ich da vorhabe. Das geht nicht so schnell, was ich da vorhabe. Okay, nee, das wird gar nicht klappen. Das geht so gar nicht. Soll ich das vielleicht doch mit der Granate irgendwie machen? Ich glaube, ich muss das laut machen. Ich habe keine Ahnung, wie das sonst gehen soll. Warte mal, treffe ich den da oben mit jetzt? Das wäre lustig. Ja klar, das hat funktioniert. Nee, warte. Wie gut, das ist nur der eine, der den sieht, oder was? Ey, das wäre jetzt echt lustig. Warte mal. Das wäre richtig lustig, wenn das nur der sieht. Brass dich selbst. Jetzt ernsthaft? Das sieht wirklich nur der? Oh, komm schon. Das ist ja richtig lustig, Mensch. Oh, wow. Waren wir euch das nicht gleich so gemacht, bitte? Die Granate ist halt optimal dafür geeignet, wie es aussieht, ha? Ich bin so ein Dödel, wirklich. Ich muss nur jetzt warten, bis der Samurai hier rausgeht. Oder reingeht. Die anderen muss ich gar nicht töten. Oh, ich könnte sie noch töten, das wäre ganz lustig. Ja, und jetzt muss ich mit Mugen eigentlich nur noch das Fass da reinschleppen und gut ist das, ne? Oh, ich bin so ein Dödel. So, ich muss mal etwas speichern. Oh, wie er rennt mit dem Fass voller Sprengstoff. Es ist der Wahnsinn. Mugen ist toll. Oh nein. Jetzt müssen wir noch Okoto töten. Oh, das sind auch nochmal 3 Sprengfässer. Need a shortcut. Better find a way. We're in trouble. Find a shortcut. Shouldn't wait here. It'll be close. Watch out. Don't run away, stupid. We're wasting time. Careful. Must be vigilant. Hmm. I did not miss the battlefield. War never changes. Fast. Don't get shot now. I don't like shooting. Can't catch me. I think... I will not climb any towers. So, jetzt hoffe ich mal... Oh. Ich bin hier aus all den Reichweiten. Remember my name. At once. On my way. Time to move. Death is whimsical today. This brings back memories. So, der übersieht hier alles, ne? Also, der übersieht nicht alles. Der kann überall einen sehen, meine ich. Sehr lustig, wenn der alles übersieht, einfach. Huch. Ist ja noch so ein Strolch. Oh, guck mal da. I will use my leg. Treff ich aber von hier aus nicht, ne? Leider gerade so... ...nicht ausreichend. Jetzt mal, wir testen das mal von hier. Verdammt. Also, von oben zu schießen, war schon keine schlechte Idee, aber... Das geht so nicht. Schade. Lauf lieber weg, Kumpel. Genau. Auf der Alarmiert jetzt niemanden. Vielleicht halt durchschlüpfen. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Der kann da einfach durchschlüpfen. Oh, warte mal. Ich bin so ein Eumel. Natürlich. Natürlich kann ich da durch. Ich gehe einfach hier oben raus, dann kann ich auch schießen hier. Geh's dir mal. Ja, hier. Was machst du denn da? Da sollst du nicht weiterarbeiten, sollst weggehen. Lass ruhig brennen, den Kram. Ach, guck mal, ich könnte auch von hier... ...drüberspringen vielleicht. Ne. Könnt ihr leider nicht drüberspringen. Oh, guck mal, das Lazarett. Da sind die ganzen Verletzten. Weiß ja nicht, ob das so nett ist, wenn ich die jetzt irgendwie noch belange da. Die Wache besiegt hier auch alles. Oh, ich weiß noch nicht, soll ich mal draufschießen? Oh, schade. Ich dachte, das bringt was, da lade ich doch mal lieber neu. Besser ist das. War doch die Frage, sieht den Typ hier jemanden? Oh, der Samurai sieht das. Er sieht auch genau den Typ hier leider. Oh, ich bin immer noch gebraucht. Oh, ich bin immer noch gebraucht. Be ready. Go. It's like that time. Hmm. I'll make them stop. Oh, find a shortcut stupid. Can't see me. Du sagst immer zu sie stupid. Das ist aber nicht, das ist aber nicht schön. Kleines. So. Don't run away stupid. Wo sieht der denn hin? I need a distraction. Time for action. Oh, nein. Just passing through. Oh, Gott. Könnte ich vielleicht den Ochsen irgendwie hier durchdrehen lassen? Und was ist mit der Wache da oben? Die sieht ja auch hier alles ein, aber... Wenn ich den abknalle, den vermisst bestimmt keiner, oder? Na gut, doch der Zivilist läuft ja die ganze Zeit hin und her. Das ist echt ein bisschen blöd. Ich muss eigentlich nur hier oben. Mit allen muss ich hier hin? Das ist ja... Boah. Ernsthaft? Wie soll ich das denn veranstalten, sag mal? Okay, das bringt wohl gar nichts. Das ist so loud. Ich bin bereit. Ich bin hier. Quick. Ja, schnell. Almost da. Ich versuch's einfach mal. Ich hoffe, dass es klappt. Dass ich den hier reinlocken kann. Und dann auch wieder hier hinten hinfliehe mit der lieben Yuki. Ich guck mal, warte. Enemies everywhere. War never changes. Ah, Birds voice. Now. Oh, make a noise. Careful now. Need a distraction. Behind enemy lines again. Nichts. Gut. Den wird, glaub ich, keiner finden. Noch vermissen. Hoffe ich zumindest. Den hier kann ich bestimmt auch irgendwie loswerden. Warte mal. Wo geht er denn genau hin? Ist die Frage. Was für einen Winkel sieht er überhaupt nicht ein, wenn er da hoch geht? Okay, da sieht er. Da hinten sieht er aber nicht hin, oder? Okay. Die beiden warten hier. Die kriegen ja gar nichts mit. Dann kann ich den jetzt eigentlich schön hier hinter tragen. Perfekt. Perfekt. Cool. Den findet hier auch keiner mehr. Ha, ha, ha. Ach, die sind so doof. Der muss sich liegen lassen, glaub ich. Schaut dann der überall hin. Der guckt bestimmt sehr weit hier hoch. Aber der sieht auch nicht so viel. So, warte mal. Ich muss noch was einplanen. Ich muss noch was einplanen. Das sieht er mich jetzt hier, wenn er da runter kommt, der Arbeiter. Lass mich mal beobachten den Zivilisten. So, der schaut nicht hier her. Das heißt, ich kann ja eigentlich locker beide erledigen, während er das runter trägt und er sieht mich nicht. Das ist so lustig. Also das geschieht quasi vor seinen Augen, wenn er hier runter blickt, aber er sieht es nicht, weil er, keine Ahnung, weil er die Augen halt gerade woanders hat. Weil er doof ist so ein bisschen. Betriebsblind. Guck mal, der sieht den halt nicht. Der sieht den genau nicht. Das ist so lustig. Es passt halt perfekt vom Timing einfach. Okay, ich kann mir jetzt theoretisch auch hier einen Weg durchschneiden. Mit meinen lieben Ninjas. Das ist eigentlich voll witzig, aber gut. Das funktioniert halt, ne? Was funktioniert, das funktioniert. Du bist schnell und mutig, Mädchen. Genau das bist du. Sehe ich auch so. So, jetzt ist uns das Problem, den Alten und Mugen hierher zu kriegen. Das stelle ich mir jetzt als echt schwierig vor, ne? Ich meine, er kann nicht so schnell, leider. Da. So. Das funktioniert, das ist so gut. Ablenkung ist das Beste, doch. Ich sag's dir. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sich jetzt alle hier treffen müssen oder nur ein paar. Ja. Wir müssen hurry. Das ist so gut, Leute. Das ist so gut. Und die wissen's einfach nicht. Das ist so gut. Das ist so gut. Oh nein. Das wird jetzt schwierig, glaub ich. Okay, ist das jetzt echt jetzt nur noch dieser kleine Ausschnitt? Schnell. Danke. Danke, dein Ding! Du kannst dich verschwörst, alles. Schnell dich. Ich werde das ein. Beste muss doch nicht! Beste. 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 Die Reinforcements... Oh, oh. Da kommt er, der kleine Kuma. Das ist so super. Ich war Kuma. Das ist klasse, guckt ihn euch an. Oh, wir sind in Probleme. Wo schaut er denn hin, sag ne? Oh, der sieht fast alles hier ein. Sneaky-Tune. Sneaky-Tune. Ich bin schnell. Rats zu dir. Ich kann mich nicht sehen. Wichtig. Geh weg, dumm. Schraub. Schraub dein Kopf. Du musst hier nicht warten. Warte auf, kleine Jun. Habe ich soweit hier? Wir sind Meister unserer Feucht. Wir... Sake. Hm. Familie Musik. Der muss ich jetzt ablenken. Auf jeden Fall auch um den Kail erstmal. Dann kann nämlich Mugen hier Sake in den Busch werfen. Hey, lustiger Kerl. Das müsst ihr ja sehen, oder? Jetzt ernsthaft? Die gucken nicht mal hier hin? Die schauen nicht mal hier hin. Du musst dich nicht verletzen. Du bist nicht so gut für mich, scum! Der Schogun, auf meinem Weg. Okay, das kann er halt schon ein bisschen weiter werfen. Das finde ich immer ziemlich krass. Ich finde es lustig. Ja, denkst du, ne? Du denkst, du bist unverwundbar. Huh? Huh? Ah, die decken halt alles schon ganz gut ab, ne? Ich hoffe nicht, dass die explodieren, weil wenn, dann wäre das nicht so toll. Okay, es explodiert noch nicht. Wahrscheinlich nur, wenn ich drauf schieße. Das wäre jetzt voll lustig, wenn ich das werfen kann und das explodiert. Aber geht der dann leider nicht. Warte mal. Ist der gleich da hinten? Auf das... Ne, schade. Außer nicht, der schmeißt nur mit Fässern. Ist ja nicht so wild. Oh nein. Ah, okay, das geht schon mal nichts. Das geht leider nicht. Oh, jetzt möchte ich mich kurz muten, weil jetzt wird's laut. Gleich. Haha. Oh, ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Don't you see? No one is coming. Kagesama has left you to die. It cannot be. Kagesama? He has no honor? They're treacherous cowards. My name is Oshiro Mugen. You and I are both men of honor. Tell me who Kagesama is, and I will grant you the death of a samurai. How kind of you. But I cannot take your offer. I never saw the man's face. Then tell me what you know. Damn you. There were three to our alliance. Lord Yabo, Kagesama, and I. We were gathering strength to take Edo. Then assassins came for Yabo. What was the goal of your alliance? Why work to destroy peace when we'd finally achieved it? What is a samurai in times of peace? We are made for battle. We can only thrive in battle. Kagesama understood this, and so I followed him. Yet in the end, he betrayed you. This man has no honor. He must be brought to justice. Very well. We last met in a hidden camp. I have a map in my tent. Maybe you will find him there. Now, honor our agreement. I will do what must be done. Take this. I will assist you. Everyone, bear witness. I shall be born again, and cut off for Shiro Mogan's head. I shall be born again, and cut off for Shiro Mogan's head. I shall be born again, and cut off for Shiro Mogan's head. Ganz schön blutig, oder? Tja. Gut, es war die Mission. Angriff auf Kanazawa. Töte alle Rebellenoffiziere. Ach, hätte ich gar nicht machen müssen. Okay. Töte vier Gegner mit einem explosiven Fass und auf Hardcore in 21 Minuten. Ist klar, ich habe fast zwei Stunden gebraucht. Ja. Innerhalb von zehn Sekunden General Okoto töten, nachdem er sein Zelt verlassen hat. Wie soll ich das denn machen? Boah. Na gut, Leute, das war es mit dem Part. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zu Shadow Tactics. Und danke fürs Bewerten des Videos. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.